Hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Left 4, ich wollte schon FIFA sagen, Left 4 der 2 doch lieber mit Blutdurst, da war gesehen das war mit Blutdurst anfangen, keine Hoffnung, keine Heilung, kein Problem, wie heißt die erste, der Wald, der Wald, der Wald, ne, komm ein unnützes Wissen, schau ich schnell, komm, die Chance während einer, ja das ist langweilig, ist auch scheiße, der Tennisspieler Raphael Nadal ist Rechtshändler, spielt aber mit Links, Einwechslungen sind erst in der Fußball-Bundesliga, erst seit der Saison 1967 und 68 erlaubt, okay, hat schon angefangen, diesmal war der Ladewald ziemlich lange, ne, ich will nicht, irgendwie nicht, ja, der Wald, sieht ganz anders aus, ich finde aber irgendwie, am Anfang hatten die ganzen Missionen irgendwas, miteinander zu tun, aber das hat doch mit der vorigen gar nichts zu tun, warum wir denn mit denen spielen, ne, ne, aber das zum Beispiel, wir sind ja an den letzten Bad im Flugzeug angestiegen, aber hat der uns hier abgeworfen, oder was? Hallo, ja, warte, ja, Bill, Bill, ah, ich bin Bill, ne, stimmt, ich hab gedacht, ja, egal, komm einfach weiter, weiß ich nicht, ja, okay, das stimmt, damals hat nicht, aber was hat alle miteinander zu tun, ne, halt die Fresse, Ich ranne jetzt einfach lang, scheißegal, ich will hier durchrennen, okay, das wird nix Einfach durchrennen, scheißegal, scheiß Verluste Schutzraum, witch Mein Schutzraum war, äh, witch ist da hinten, siehst du sie? Ich ranne Echt? Ja Alles klar Dann renne ich auch, ich hab gedacht, du willst sie töten Das ist eine schnelle Runde, oder was? Einfach, ja, okay, ne, durchrenne, scheiße Geht Ist auch mal lustig Ja, wollen wir auch mal was vom Spiel zeigen Aber genug Geht Ich glaube, ich hab den von dem Spiel gezeigt Ja, aber wenigstens seid ihr auch noch Nein, wollen wir nicht Schau, schau Alles fit? War das deine Raubombe? Ja Die war stark Ich weiß, danke Ich würde den Charger haben, wenn ich töten, hat aber nicht funktioniert Ah, mal gemerkt Schutzraum Schutzraum Drei Minuten Ich wollte einen, äh, äh, was hast du die zugemacht? Ne Jawoll Zweiter Wann ja viele Infizieren? Wer ist da doch? 25 Kills hatte ich Aber er ist da mit 25 Kills Hammer, ne? Wir sind noch nicht mal zurückgerannt Als wir noch töten können wir die Ridge gewesen, super Ah Toll, hätten wir 4 Minuten gebraucht Stark Werde ich natürlich Keine, nicht als neue Folge anfangen Warum nimmst du diesmal die Dings? Sorry Weiß nicht, warum die klar machen auf einmal im Spiel zu dir Was ist denn die Scheiße? Ah, das schaffst du nicht mehr Ja, ich weiß, weil du jetzt immer spielst Egal, die hat meine Nummer Die soll mich einfach noch anrufen Ah, lass mich doch mal in Ruhe scheiß Zombies Seit wann können Zombies überhaupt rennen? Ist halt unterschiedlich, ne? Also bei Walking Dead können sie... Was heißt rennen? Und auf einmal, was man rennt für die sieht Oh, hab ich jetzt nicht hier runtergesprungen Scheiße Wo muss man denn überhaupt hier langen? Er fang mich auch grad Oh, scheiße Was los, Bruder? Jetzt weiß ich wie lang Mal, lass mich doch mal hier alle los, ihr scheiß Zombies, ey Oh Wiege Party sagst du? Klar, Charger getötet Oh, Magnum geht immer... Magnum geht immer klar Oh, ich würde mich grad healen, Alter, du dreckige Kurde Ey, nein, nix sind dreckige Kurde Allgemeine Xinko, weil da war's ja Nur, dass die die anderen haben Ja Eieiei, ey Boah, Charger hat mich voll mitgenommen Was ja auch eigentlich gar nicht stimmt Eigentlich haben sie ja ein Land, nur das Land wurde tatsächlich aufgelöst Beziehungsweise Mein Gott, die helfen dir auch nicht, ne? Nö, irgendwie nicht Beziehungsweise Ich hab da gar nicht mitbekommen Die hatten ja mal Kurdistan, ne? Ja, das gibt's immer noch Ja, das gibt's immer noch Und nur das gehört ja zum anderem Land, glaube ich Und der allgemeine Staat Oh, Franz, Alter Und der allgemeine Staat, Kurdistan, gibt's glaube ich so nicht mehr Es gibt zwar noch so Kurdistan, aber so einen richtigen... Das ist ein Rich, aber das schau ich nicht Ich hab nicht mehr viel Leben Ich hab auch nicht mehr viel Leben Aber so ein richtiges Land von Kurd gibt es nicht mehr Wo ist die bitte schnell? Ja unten Tja Wo? Ja, hier saß irgendwo Keine Ahnung Na, ich sehe sie Soll ich sie angreifen? Ich hab Molotow Mach, mach doch Stark, du hast zu stark Ich hab die aufgeschreckt Ja, war doch top Das war doch top Wie bist du da hingekommen? Ach, das ist ne Leute Jokey, Jokey Oh man Oh ja Hunter So Oh, hier sind ein paar Jetzt weiß ich gar nicht wie das hier hieß Keine Ahnung, U-Bahn oder was Tunnel? Weiß ich nicht Ah, irgendwie so bestimmt Jäger im Weg Keine Ahnung, weiß ich nicht Wir müssen die Leiter hoch Wir müssen die Leiter hoch Was müssen wir? Wir müssen die Leiter hoch Was müssen wir? Wir müssen die Leiter hoch Achso Der Schutzraum ist hier bestimmt Ja, kommt jetzt schnell Ich denke ich meine Jo Wollen wir mal wieder eine schnelle Runde Wir haben jetzt ohne Witz Wir haben jetzt sieben Minuten Der schnellste Runde den wir jetzt mal machen Muss ja auch mal sein Komm, ich mach jetzt trotzdem noch nicht Ende Komm, komm, komm Wenn ihr jetzt auch mal Jetzt kommt doch mal rein hier Dann würden wir das vielleicht sogar noch schneller schaffen Ich meine wir haben Was heißt wir rennen durch Wir haben alles gezeigt Die wird schon mal sogar getötet Ja Blutdurst Ist die Kampagne, ich weiß Und jetzt kommt die Brücke So Den Tank am meisten Schaden werden Den Tank hab ich am Anfang gar nicht gesehen, ne Der Tank hat dich voll weggeworfen Ja, die wird... War scheiße So, wollen wir mal lang hier Die Waffe ist noch okay Ich hoffe dieser Durchgang führt irgendwo hin Ich hoffe dieser Durchgang führt irgendwo hin Ja, das wär ja geil Die Zowie, die... Zowie, der tapfere Kerl schlägt sich durch Ja Hä, oh, warte mal was Oh, du hast einen geilen Arsch, ey Geh weg von mir Geh weg von mir Oh, danke Das sind vorhin die Aim-Bot-Steine, wa? Mann, der trifft immer an, ne? Ja, Mann Aber der verpisst sich doch mal Ja, der trifft echt immer Na, schönes... Warte, hat das jetzt mit Brücke zu tun? Kommt nach, kommt nach Ich sprem mich eh jetzt irgendwo an Ah, ne, da nicht Hm... Ah, komm, Stropfen, da haben wir mal Bock drauf, ja Hier hat mich die Fahrt angesprochen Boomer! Boah, ich seh gar nichts Boah, es hat ein schönes Grün Ich seh ein paar Bewegungen... Da sitzt auf jeden Fall die Ridge schon mal Ja? Ja, Mann Töten? Ja Louis Was ist denn... Aber das sind in dich gefahren Aber jetzt hat er immer noch nichts mit Brücke zu tun Irgendwie bin ich, ne? Noch nicht Boah, jetzt bin ich hier runtergefahren Ganz stark, ey Ja, aber wir müssen eh nicht hoch Da ist ne Brücke Über uns ist ne Brücke, ist korrekt, ja Das ist ja der Raum als der Brücke Achso, ja, ja, klar Wir hätten sie auch gerne so gut Baum nennen können Oder Laterne Laterne! Rammen sie die Brücke mit dem abgekoppelten... Jaaaa Guck an, guck an Aber muss mitlaufen, ne? Na super Ja sicher! Jetzt hast er voll nicht gesehen, ältere Ich weiß, ich weiß, ich weiß Was geht auf mich hier Charger Erstmal nachladen Einmal heilen Ich komm gleich nach, ne? Jojo Oh Aber komischerweise, die Brücke fällt natürlich... Genau so, dass wir da hoch können Also... Also wirklich, das haben wir echt genial gemacht! Krass, ne? Unfassbar! Mein... Gott! Na wenn ich dich jetzt am meisten Zombies getöttert habe, dann weiß ich auch nicht Oh, tut's rum! Zwölf Minuten können wir sogar noch ne Folge machen, aber jetzt mach ich Ende! Ja auf jeden Fall war diesmal in Speedman, machst du zu? Mach keiner zu, komm mach ich zu! So! Da hab ich viel gerissen, ich schau mal, guck mal! Ist grad am Ende alle erpft und schimpft 120 mit Nahkampf! Warum zeigt man das jetzt? Warum? Nein! Ja man, ne mit Nahkampf! Weißt du, dann machst du einfach nur das von zu Nahkampf, dann sag ich mal das wieder direkt nicht! Auf jeden Fall war es, äh, was war denn heute für den Tag? Montag, ne? Montag! Ne, die Folge ist schon wieder Montag, aber ja, schöner Start in der Woche für euch! Hoffe ich mal, wünsche ich euch mal auf jeden Fall auch! Ich glaub ich muss weiter rennen, komm 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 komm! Ja auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß, morgen geht's weiter mit dem Ende, mit der vorletzten Kampagne! Tschüss! Weiß ich jetzt!